Warte mal, was mir passiert. Geh mal hier. Kannst du mich sehen? Ich bin hier. Nicht da. Auf drei. Eins, zwei, drei. Gut. 2,4. 2,4. 2,4. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. Warte, 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 warte. Jetzt ist viel vorbei. Ich hab einen voll. Nicht in das volle Handwort. Okay? Nicht in das fair Handwort. Falsch. Gericht. Ah! Ha, ha, ha. Auf drei. Jetzt knapp noch einen großen Applaus. Eins, zwei, drei. Hallo Kinder. Ja, jetzt kommt das Kinderprogramm. Ja, bis jetzt hat der Auto nur für die doofen Erwachsenen gespielt. Ja, aber die haben auch das Geld. Hallo. Aber jetzt kommt was für Kinder. Und wie im Fernsehen machen wir eine tolle Kinderquiz. Liebe Kinder, was ist diese für ein Tier? Oben. Nein, Kinder, das ist ein Idiot auf dem Einrad. Aus Wilderstadt, Edi! Riesen Applaus! Liebe Rieser Wolle von den Kinder. Ich sag dir warum. Es sind nicht deine. That was the joke. Komm eigentlich schnell vor. Denn jetzt kommt die schwierigste Wolle von allen. Denn jetzt, du darfst keine Fehler machen. Ansonsten bekommst du diese beiden Fackeln zurück. Du musst in das Handwerfen. Das heißt hier hin. Not here and absolutely not here. Falsch. Fälscher. Right. In das Hand. Und dann versetz dich noch einmal hin, weil wir müssen dich alle zusammen verabschieden. Okay, Edi, bist du bereit? Ja. Ja. Geben Sie Geld. Nein. Stuttgart. 10 Euro. Nein, nein. Nicht, dass Sie denken, das sei nur in Stuttgart so. Die Antwort auf diese Frage ist überall gleich. Aber bevor Sie gehen, ich möchte Ihnen was sagen. Was Sie hier gesehen haben oder noch sehen. Diese hier ist meine Arbeit. Das ist mein Beruf. Und mein Beruf ist der schönste Beruf von der ganzen Welt. Mein Beruf ist es, Sie alle hier zu unterhalten. Hier an dieser Stelle. 45 Minuten lang einfach so. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ich wünsche mir die Leistungsschläge bei den letzten Reihen. Bleiben Sie bis zum Schluss. Sie müssen nicht zahlen. Sie können. Und wenn Sie bezahlen wollen, 2 Euro ist okay. 5 Euro ist okay. 10 Euro ist normal. In Karlsruhe. Hier in Stuttgart ist es immer ein bisschen mehr. Anyway. Kannst du mir einmal das Fackel bringen, meine Damen und Herren? Und nun die große Finale auf der TOT-Weck-Stream. Ich darf dich bitten, zu mir zu kommen. Gehen. Gehen. Gut. Gib mir das Fackel. Das letzte Fackel. Jetzt. Du gehst hinter diesen Stuhl. Da ist eine Flasche. Mach das Flasche auf, meine Damen und Herren. Und nun die große Finale auf der TOT-Weck-Stream. Dafür. I'm going to recharge the torch. Wir müssen das wieder auffüllen. Wir müssen das wieder auffüllen. Ja. Ja. Die Straße ist nicht wie B****. Take those torches, please. Wir haben das geprobt. Nun du gehst wieder vor die Kinder. Und nun, meine Damen und Herren, wird sie eine nach die andere in meine Hand werfen. Und ich werde jonglieren. Okay. Bitte macht seinen Rhythmus jetzt. Komm ein Schritt vor. Hallo. Auf drei. Eins. Drei. 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 Fackel Nummer eins. Fackel Nummer zwei. Fackel Nummer drei. Haha. Da kann man mal klatschen. Das ist schwer. Drei. 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 Gibt, gibt, gibt! Gibt. Verk Vakkel Nummer drei. Papaya Neversuai's Ja kann sociedade desta plutôt Papaya Neversuai' P против Das sieht man aus, lasst das Lasso Applaus